So, lieber Edwin, das dürfte alles funktionieren. Ich gehe mal so ein bisschen hier zwischendrin. Auch für dich ist das, denke ich, immer etwas Besonderes herzukommen und hier ordentlich mal am Passgriff zu ziehen. Ja, das ist sicher so. Die Strecke gefällt mir gut, mit Berg und Tal. Das habe ich zu Hause auch. Und ja, es passt mir einfach. Viel Los, viel Publikum und viele Fans. Schön. Gibt es etwas Vergleichbares? Jetzt kannst du nur Falsch anzudenken. Ganz speziell für dich. Ja, ich bin in den frühen Jahren nicht gefahren, nie gefahren. Erst auf der Einladung von Motomotion. Ich bin 2014 das erste Mal da gewesen. Ich habe den Kurs kennengelernt. Und zwar verdammt schwierig. Und jetzt bin ich zum dritten Mal da. Jetzt fällt mir alles leichter. Und heute hatte ich viel Spaß beim Fahren. Das denke ich mir. Ich danke dir sehr für deine Worte. Lieber Edwin, vielen, vielen Dank. Auch dein Applaus für Edwin Weibel. Danke auch. So, dann geben wir das mal. Gut. Ja, wir haben doch alles dabei. Jochen.